Das ist die langsamste Treppe in Minecraft und es würde einfach ewig dauern, bis ihr zur maximalen Bauhöhe kommt. Und so geht sie. Ihr fangt an mit einem Teppich, dann eine Seerose, ein Repeater, eine Falltür, drei Layer Schnee, ein großer Amethyst, ein Tageslichtsensor, ein Lagerfeuer, welches ihr ausmacht, eine Kupferstufe, ein Stonecutter, eine Kette, sechs Layer Schnee, ein Konduit, ein Enchantment Table, eine Kiste, so einen Dirtweg und einen Grasblock. Das Ganze könnt ihr ab da so oft wiederholen, wie ihr möchtet. Und durch all diese Blöcke kommt ihr immer ein Stück weiter hoch, aber es dauert einfach zu lange.